Herzlich Willkommen bei Timo Hampel. Es ist mein Livestream auf YouTube, aber ich mache aus meiner Kamera, mein Handy mache. Nichts anderes kann ich machen und ich habe keine Lust für 24 Stunden Wampel. Wenn ihr hier draußen gesehen habt, dass ihr einen Timo stattfindet. Degen die AfD. Ich will auch den Degen der AfD, Menschen mit Behinderung beleidigt zu haben. Das sieht gar nicht. Das Internet steht auch schon, das Internet stehen, auch in Politik, soll endlich mehr verdreifen. Die AfD, während die Sätze verbrochen haben. Und das will ich nicht, nicht zu uns umzugehen. Wir sind auch nur Menschen, auch im Bürger sind. Wir wählen auch. Und das, dass sie sich nicht uns verbieten, sondern uns umzugehen. Die Tatsache ist, Timo Theram, da draußen, und ich finde es blöd. Die AfD soll aufgelöst werden in den Bundestag. Und das finde ich nicht schön, finde, sowas umzugehen. Wir nehmen uns Zeit, Herr Speck, nur eine Zeit in der Hand, uns alle hier uns beleidigt zu haben. Aber in diesen Jahren wollen wir auch stoppen. Die AfD hat während Gesetze verbrochen, im Grundgesetzes, auch von den UN-Gesetzen, das hier klar ist. Aber nichts anderes kann man ihm aufzuhalten. Nichts anderes. AfD hat versagt und soll aufgelöst werden. In dem Bundestag, das in Deutschland weit, das denkt. Und deswegen wollen wir das erste Nomen wert. Abzettiert, Bürger und Bürgerinnen, auch die die Bürger von Menschen mit Behinderung haben, wollten wir ihm aufzuhalten, sowas nicht geht. Aber euch, schreibt mal bitte meine Votage, ist das so für euch. Ihr AfD soll hier gehen, irgendeine scheiß Aktionen hier dran gemacht haben, das wie ich nicht net und kein Respekt hier zeigt. Und deswegen, weil ich einen Schrank rufe, AfD soll hier gehen, AfD soll hier gehen, AfD soll hier gehen, AfD soll hier gehen. Das geht gar nicht um zu gehen, AfD soll hier gehen, AfD muss hier gehen. Und deswegen AfD zieht euch warm an, wir wollen euch fertig.